yo leute was geht und herzlich willkommen zu einem video und ja leute im heutigen video möchte euch zeigen wir euch solo die fahrzeuge merchen können das ganze geht hier mit den servicefahrzeugen in autowerkstatt heißt sie benötigt eine autowerkstatt in der autowerkstatt muss dann das fahrzeug befinden wovon die settings übertragen wollt ebenso benötigt ihr dann noch einen bunker und dann würde ich sagen lassen auch schon direkt los starten das was wir machen ist wir begeben uns zunächst zum bunker dort beim bunker angekommen können wir den punkt auch dann direkt wieder verlassen wir geben uns dann wieder zur autowerkstatt dort bei der autowerkstatt angekommen begeben uns jetzt zu dem auto wovon wir die settings übertragen wollen drücken dann steuerkotts nach rechts um das fahrzeug zu modifizieren dort im menü angekommen können wir direkt wieder verlassen als nächstes steigen wir aus dem auto aus gehen dann links die treppen hoch hinten zu dem privaten eingang dort wo auch der kleiderschrank ist dort begeben wir uns jetzt einmal in als nächstes registrieren wir uns als ceo das ist ganz wichtig fordern unseren jetzt einen job von toni an und das was wir jetzt machen ist wir drücken einmal x um den job anzunehmen und drücken dann sofort steuerkreuz nach rechts also wir drücken x steuerkreuz nach rechts wir warten jetzt bis unten rechts der job gestartet ist ihr werdet unten rechts dann sehen dass der job startet dann können wir dieses menü auch wieder verlassen ja als nächstes wir geben uns jetzt zu diesem auto unten was wir märchen wollen wir stellen uns einfach davor drücken steuerkreuz nach rechts und dann werdet ihr sehen dass jetzt schon das auto gemerkt hat und ja das auto könnt ihr so aber jetzt leider nicht kaufen um das auto zu kaufen müsst ihr jetzt so lange warten bis die zeit unten rechts abgelaufen ist danach könnt ihr euch das auto dann auch problemlos kaufen euch schon in die garage stellen und ja das ist die einzige möglichkeit wie euch momentan die autos solo merchen könnt und dem jahr leute ich hoffe das wie das hat euch gefallen wenn es so sein sollte wird es mich auf jeden fall freuen wenn ihr mir noch ein abo und ein leichter lassen würde und ja dann würde ich sagen bis zum nächsten mal